ich glaube noch an so aber bitte die gegner aufhalten und das ist in der schacht die müssen auf jeden fall persönlich führen geht nicht anders an der stelle ich heraus machen den besseren hier rein machen das finde ich gut so bestätigen und schlachten kontrolle punkt übernehmen das gefällt mir jetzt richtig gut ihr zwei hier sagen wir könnten ja was schönes machen aber die sind alles soweit eingenommen schon aber das ist nicht so leicht sowieso schaut wir könnten glaube ich bin dann möchte ich mal sagen wenn der so gut angreifen kann dann ziehen wir uns eher nach dahinten zurück das ist jetzt etwas das bräuchte nicht unbedingt da muss man so das muss es nicht sein ist die reichweite ich glaube ich bin also wir sagen hey das wäre noch eine sache ja es ist trotzdem noch böse es ist trotzdem noch mega böse das angreifen kann aber es soll zumindest da noch etwas aufgehalten werden durch diese ganzen geschwader die jesus geschickt habe es wird sich auch wieder gegen geschwadert aber das ganz normal ich sage mal aufhören aus böser blitz bitteschön greife insofern möglich die wachensysteme an das wäre echt von vorteil die enemy hat sie ist die strategische kärie solle wenn die denn hier gerade sagen greift ja auch schön fertig die turmchen an jepp machen sie ok ok das ist schon mal einiges wert da ist bald nichts mehr übrig sowieso schaut und auf jeden fall noch hier eine kleine preise an den machen weil ich möchte wissen was auf uns zukommt und inwiefern wir es aufhalten können so ok so gut wie alles niedergewalzt finde ich nicht schlecht finde ich ganz und gar nicht schlecht sogar können wir denn wer hat denn überhaupt noch übrig eine theorie eingeschützt um in der theorie zumindest wir gehen darüber wir gehen sowas von darüber so lange wir können greifen auch noch ein bisschen an wozu kann man für alle geordert das ist schon mal gut so energie blitz hinterher schießen und hoffen dass genau wie ganz ein kleinkramier irgendwie niedermachen können haben wir denn wenn sie sind aufgeteilt sie sind aufgeteilt das heißt wir könnten schon mal ziemlich einen gewissen teil von ihnen extra abschießen genau wenn die nämlich nach rechts rüber gehen versuchen wir dann hier links durch zu brechen wobei es in echt viele ich weiß und mir gefällt es nicht gefällt es ganz und gar nicht so ich bin doch darum versucht sie so gute skinnier zu machen sagen könntest du bitte aufhören damit dankeschön es ist merkwürdig dass sie seitlich angreifen jetzt gedacht sie kriegen ein bisschen anders vor aber was so ist so fertig machen weil ich machen und vernichten können wir denn wir können hier um springen und rein nach vorne doch was hinschicken und der spiel der ramen genau passt soweit können nämlich gucken dass wir die raumschätzung gleich mitnehmen insofern möglich natürlich er ist einfach nur im weg das sagen könnte ich vielleicht darüber gehen bei der braucht ganz dringend eine hilfe aber sowas von dringend alle mann zurück alle mann zurück er kann hier angreifen oder sagen macht jetzt kleinen kusch kaputt der koschen ist noch kalt ähm so jetzt da vom kopf und geraden tut uns noch bringen so darüber starten im bosse wird schade jetzt zu schön gewesen war zu sein könnten wir hier noch was macht es geht nicht okay er greift da an bis zum umfallen und der kommt mir ein bisschen zu nahe ich habe fest der kommt mir bitte zu nein so zu den waffen macht es mal zu den waffen ist niemals verkehrt gerade sagen könnte man ihn vielleicht noch sagen hat er gerade temporär beschädigung natürlich natürlich wie soll es noch anders sein so jetzt da sagt nach vorne springen dankeschön und weiter fliegen immer schön weiter fliegen immer schön weiter fliegen zack hier unterschicken du auf Nummer eins position und können wir nicht mal eins von denen hier machen ich brauche einen Truppentransfer ich brauche ganz 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 geweich einen Truppentransfer auf den hier mitzunehmen komm schon komm schon komm schon Nummer eins ist schon mal weg vom Fenster weil wir waren zumindest etwas an Fortschritte aber nicht so viel wie ich gerne hätte überhaupt nicht so gerne na komm jetzt sagen nimm das ein behalte es so wie es ist und lass mich endlich Truppen schicken dankeschön so jetzt da ähm können wir denn wir können den hier nochmal durchschicken dankeschön Reparaturen einschicken das hier schicken scannen das war jetzt ein bisschen viel ein bisschen arg viel sogar ähm aufhalten ich würde gerade sagen lass es mal so wie es ist bitte das war direkt aber schon wieder das war ein ne ein Walk na dankeschön das ist was ich nicht brauche ein Walk alles abfangen was wir abfangen können Reparaturen sind gestellt Angriffstrupps sind bereit ok dann nebendran vorbeifliegen und bitte bitte lass dir jetzt ordentlich was im Schaden anrichten hm wo kommt denn der auf einmal her so jetzt da ich bin da rum einmal um die andere Seite wieder haha ok wir müssen zerstören sowieso das hilft alles nix das hilft so quasi alles nix zerstört an der Stelle und dich machen wir jetzt aufwärts fertig aber sowas von Pyramiden mit aufbau ah Mist mit komm mit komm mit komm wir brauchen dich wir brauchen dich so wie wir alle hier brauchen momentan besser dass irgendjemand quasi hinten zurückbleibt 1400 na du bist derjenige der noch was machen kann ok ähm dann bitteschön die hier los schicken die hier los schicken na 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 hier wird nix gerammt wird sowas von nix gerammt wird jetzt zerstört die nächsten zwei sind weg vom Fenster ähm ah hier jetzt da ich würde sagen irgendwo muss ich noch was anfallen können haben wir sonst noch irgendwas gerade nicht nein ich würde sagen den angreifen mach den fertig der kommt hier nicht weg nicht mit mir solange ich noch was zu sagen habe kommt der hier nicht weg so Meuterei die nächste aha Meuterei die nächste das ist auch sowas wo ich nicht zulassen kann tut mir leid hilft alles nix haben wir noch irgendwas gerade anzufrieden? nicht viel gerade nicht viel ja sie meutern 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 die orks dass man sowas mitbekommt hier auch nicht schlecht na komm geh ein bisschen noch näher an ein kitziger ist ein bisschen ich möchte dich einnehmen ist da noch was da ist sogar noch irgendwas ich weiß nicht was aber da ist was können wir das vielleicht mal lassen da drüben okay dankeschön angreifen so ist immer direkt hinter dir du kannst nichts machen ich kann aber was machen passt wir nehmen diesen Punkt ein oder vielleicht auch nicht wer weiß wer weiß alles gut soweit Hauptsache wir bekommen unser Zeug das ist gerade momentan die Hauptsache ich wollte sagen ihr könnt auch wieder gegenfeuern das zeige ich jetzt auch nicht nein dazu triebwerke beschädigt oh immer gleich wieder zurückholen ich würde gerade sagen junge das gefälligst meine leute in ruhe die haben ja nichts getan sind vollkommen unschuldig an der stelle 3700 was haben wir noch ach geschützt so müssen auch noch wieder da wieder zurück schicken dankeschön okay ich verstehe schon ich verstehe schon wieder umdrehen sonst geht es euch gut oder jepp sonst geht es euch einherrlich wunderbar das können wir natürlich nicht zulassen wir müssen jetzt direkt gucken dass wir was entgegen machen in form von zum beispiel wir müssen dich hier angreifen die kommen gerade echt weniger als die können wir noch irgendwie in abstinke da rechts rüber machen das würde ja schon mal helfen ich kann sagen das würde ja schon mal helfen wenn man da was machen könnte ich glaube der wird nicht so weit gehen wir können es mal ausprobieren die generierung aktivieren ist niemals verkehrt ein paar fiegelchen geschickt einfach nur um sie zu ärgern ja okay ich kann nicht sagen was sie angreifen sollen macht nix macht nix so ihr seid alle auf verteidigung ausgelegt seid ihr okay kann man denn sagen hey wir können bereits sagen der letzte auch noch hier rüber so jetzt da klaut diesen punkt nein das erste mal dass sie gewonnen haben eine niederlage aber aber da ist so gut wie nix mehr da ich glaube ich bin eine niederlage es gibt es wahrscheinlich keinen rum und das nur wegen den stationen na ich hätte hochfliegen sollen ich hätte hochfliegen sollen wir können sich nicht zurückziehen das heißt wir bleiben jetzt im system denn oder wie die wurden ausgelöscht dadurch wirst du mich verkeiern wirst du mich eigentlich wirklich komplett okay moment hey angreifen das kann und wer ich so nicht akzeptieren attacke autoschlacht zwei komplette mega armeen verloren wegen nichts und wieder nichts ey komm das ist nicht fair das ist definitiv nicht fair so weißt du was jetzt böse sind sagen wir jetzt angreifen hier was soll der wort jetzt machen was möchten sie jetzt machen noch mehr truppen zwei gesamte armeen heben ich bin gerade mehr als sauer ich bin gerade massiv sauer bin ich hier auf jeden fall angreifen wir haben ähnlich viel das ist schön das ist ja schön aber was wir noch mehr haben als ihr sind größere bessere schiffe hier zum beispiel zack wunderbar 1300 eine handvoll große schiffe attacke das haben die konstruktion im hintergrund ich weiß nicht warum ich weiß auch warum sie sich nicht zurückziehen konnten weil das system ja von mir belegt war dahinter also ging das gar nicht okay ich sage jetzt einfach mal ihr zwei fickt dort drüber hin denn warum nicht ihr drei fickt nach dort drüben hin okay niemandem gehört irgendwas das finde ich schön finde ich war sehr schön zack zack und zack und ihr hier greift darüber an mit einmal hier und hier und irgendwas großes ist da mit dabei was richtig großes sogar und vielleicht können wir sie diesmal mit hit and run sogar besiegen das wäre nicht schlecht sagen wir es mal so das wäre ganz und gar nicht schlecht okay ihr geht mal hier weiter schon es wird bei euch wahrscheinlich ein bisschen dauern aber ihr könnt euch dann den hier wieder anschließen so wo haben wir denn eine probe sagen wir haben wir nirgendwo eine probe okay so und so und wir sagen auch gleich noch naja komm versuchen anzugreifen dann kommt ihr nämlich jetzt zurück so gut wie es geht nach vorne springen jeden kleinen meter mitnehmen ich habe keine ahnung wo sie jetzt hinkommen aber hauptsache wir haben sie geblitzt das ist die hauptsache an der stelle können wir denn alle wieder in einem verband rein machen so quasi funktioniert funktioniert okay weil ich nämlich versuchen die rechte seite anzugreifen weil das ist jetzt das schönste was man vielleicht machen könnten einen gewaltigen angriff hier rüber machen so die nächsten blitzing sind ja die haben leider verfehlt die haben leider ganz stark verfehlt au und hier noch entlang ich bete euch darum seitlich zu fliegen um wunderbar so viel wie möglich an schaden anzurichten nächstes weg vom fenster ich sag nicht nein zu wenn noch ein paar stück fallen ganz und gar nicht sogar ganz und gar nicht so nächste ja 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 gefällt mir finde ich gut okay so sehr gut haben wir hier angreifen haben hier angreifen und der nächste aufpressen dann kommt dass wir so unendlich viel bei euch rein pumpen dass du nicht weiß wo man unten ist so lebt kann ich sagen jetzt war es leider etwas zu spät sowieso schon so dürfen sie gerne probieren aber sie werden es nicht schaffen so warte mal so jetzt da einmal dort rumgehen dankeschön so gut wie es geht wirklich beton auch so gut wie es geht okay 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 was ist mit dir dein antrieb ist hinüber das ist natürlich auch nicht gut das ist gar nicht gut void anchors ich liebe void anchors dankeschön dafür weil es haben wir gerade so einiges an leben gerettet ich werde sagen nimmt das ding ein nehmen einfach nur das ding ein dann passt er schon immer mehr immer mehr 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 danach können wir nämlich zurückgehen ich sage nämlich immer halbüchen einmal umdrehen einmal umdrehen sie machen meuterei das finde ich schön meuterei auf deren kosten ist immer super dankeschön wo wollt ihr jetzt hin wo wollt ihr jetzt bitte hin das bräuchte ich eigentlich weil dein antrieb ist permanent beschädigt heißt wir können keine schnellen warpsprünge mehr machen was nicht so gut ist okay ich meine ihr dürft gerne euch gegenseit kaputt machen ich sage nicht nein dazu ihr hört mich nicht nein sagen ja ich habe aber rumverteidigung an so ne die frage ist können wir jetzt großartig was machen wir können sagen das können wir nicht machen wir können sagen Grundreparatur das hier nicht nach da rüber machen und nochmal was machen Dankeschön das bringt sie auf jeden Fall so einmal hier durchfahren und einmal hier durchfahren oh ja oh ja oh ja viel Schaden angerichtet finde ich super finde ich mehr als super und wenn wir jetzt noch sagen hey du kriegst noch mehr Gegner sogar dran wäre sogar noch wesentlich besser so ähm machen wir noch irgendwas nein wir können sagen greif hier weiter an das ist in Ordnung soweit das ist in Ordnung soweit das ist in Ordnung soweit aha sie greifen hier noch ran okay so schnell kanns gehen so schnell kanns gehen okay habt ihr noch was grad übrig gerade nicht nein hier ist so bissl was an Schaden abgenommen wir tun auf ein bisschen was grad sagen könnt ihr doch mal uns in Ruhe lassen das wäre echt wunderbare Natur so ja die Topiers müssen abgefangen werden und zwar so gut wie es nur irgendwie geht und ihr hier zack kriegt erstmal volle Kanne noch eine ab von mir weil ihr mich nicht anders verdient habt wie schaut's momentan aus es geht es geht okay 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 mit Beton es geht wirklich ja guck mal ihr möchtet sich gar nicht mehr bewegen so wie es ausschaut ich sag ihnen ja nicht so bewegt dich mitten da durch hm ja wo der jetzt hingeht egal es kommen immer mehr von ihnen es kommen immer mehr egal was ich mache es kommen einfach mehr so ein paar Enter kommen also sowas zwei Stück hier auf jeden Fall und der Rest ist gleich hinüber auf dich aufzubrocken ich glaube ich spinn weiter geht's 1800 es sieht gut für uns aus momentan sieht es noch richtig gut für uns aus kann ich es natürlich jederzeit ändern insofern jetzt noch mehr Gegner kommen aber ich hoffe einfach mal dass wir das abfangen können irgendwie kommt es der nächste oder was die Verteidigungsplattformen vernichten Moment ah da hinten sind noch Verteidigungsplattformen ah ich verstehe einmal nach drüben gehen einmal nach drüben gehen so viel können wir grad echt nicht machen ähm wie wärs denn mit das Gegner die Meutern sollen sie ruhig es gibt nämlich kein Platz für euch wohin gehen können echt gar kein Platz Aua sage mal so du und nach da hinten so ernsthaft ernsthaft das hat jetzt noch funktioniert du machst mich fertig ich krieg du machst mich fertig okay lass die mal als vor ähm ist mir doch gerade am überlegen wie man am besten bankern weil du nämlich coole Kanne im Weg bist so jetzt dankeschön das heißt natürlich nicht ganz so schön aber was solls ähm Fliegelchen hier rüber danke so jetzt da ihr könnt auch gerne da rüber fliegen ich sag nicht nein dazu das ist geschützt um nur eins und da hinten ist geschützt um nur eins sowieso aber schaut die nehmen wir natürlich mit die nehmen wir natürlich alle mit so gut wie es geht eieieieiei könnt ihr mal aufwenden ich meine ihr seid Orks verstehe ich ja der Wecker ist gleich wieder angegangen ihr seid Orks das verstehe ich bitteschön selber Blitz weg damit aber langsam wird es nervig langsam wird es echt böse nervig hier einmal komplett durch ich würde sagen der jetzt anhalten würde und der auch anhalten würde und jetzt wieder beide Gas geben dann würde ich mal sagen funktioniert das wieder wen können wir denn noch angreifen gehen wir nehmen die hier mit beiden nicht mit beiden dankeschön und noch irgendjemanden jeb da drüben hin nochmal irgendwas reparieren nein das heißt wir können dich hier angreifen ah Mist doch wir jetzt nochmal machen müssen Mist wir jetzt nochmal machen müssen hier reparieren den auf 1 bitte setzen den auf 1 bitte setzen also ich finde manchmal das echt so ich glaube dass die sind jetzt draufgegangen bei der Aktion die sind sowas von draufgegangen ok weiter nach da hinten weiter nach da hinten zwei zurück einmal zurückziehen und wir sagen diesen effekt machen und hu 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 ich hoffe das war ich nicht aber das auf jeden Fall ja das müsste ihn eigentlich gut treffen mit dem auf eigentlich sonst noch irgendetwas nein für den Moment netter den Rest behalten wir mal so da können wir alle worten können wir wunderbar ein paar mehr als andere aber egal so Hallöchen ich weiß ganz definitiv dass hier böses sei Hallöchen das nächste Schiff kommt sag mal ich weiß es ist ein Worg und alles aber langsam wird es etwas ungemütlich mit langsam meine ich es wird gewaltig heftig ungemütlich so jetzt da beide angreifen auch nach da vorne und hoffen dass wir einmal darüber angreifen so rüber so rüber so rüber passt soweit ok man kann sagen der wird es jetzt volle Kanne abbekommen aber in dem Fall kann ich nichts anderes machen so vor allem so ist es vor das ist doch schon mal schön das ist doch schon mal richtig schön aber du sollst definitiv nicht gegen ihn fahren und du auch nicht gegen ihn weil das nicht gesund für euch beide ist also die ganze gar nicht gesund das macht rein gar nichts das Thema hatten wir schon mal du fährst hier rüber hin und insgesamt stellt euch einfach wieder so rückwärts hin Wunderbar Mission erfüllt Mission sowas von erfüllt so bitte einmal umdrehen gehen und dann den Punkt hier noch einnehmen Hauptsache wir bekommen noch die restlichen paar Sachen von uns das wäre jetzt echt das schönste vom schönen an der Stelle ich würde sagen ich würde sagen da muss ganz dringend was gemacht werden bereit zu servieren ihr kommt wieder alt zurück auf den Antrieb ziehen dankeschön volle Kanne auf den Antrieb ziehen ich würde sagen wenn der jetzt hier springen könnte das wäre super geht doch geht doch an der Stelle so einmal durch und nochmal durch weil ich weiß ja nicht irgendwie denkt der immer noch er könnte etwas gegen uns ausrichten aber ich würde mal sagen damit wird da hinten kommen die nächste Flotte damit wird es sich ganz ganz arg überfordern so lebt die nächsten passen weg dankeschön ja 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 95% strategische Punkte ok wir haben keinen Ball bis das muss abgefangen werden einfach muss irgendwie abgefangen werden so auf Nummer 1 bitte gehen hu 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 könnten wir vielleicht dankeschön der ist weg ok weiter nach der vorne weiter nach der vorne das Ding ist explodiert also wenn die jetzt Triebwerk schaden nachkommt schon das sagt die wahrscheinlich kannst du mir jetzt aber nicht antun sowas wird nicht akzeptiert Triebwerk schaden ganz und gar nicht sogar momentan nicht viel übrig hm noch ein paar Jäger starten zu Gaudi das war es aber auch schon uns fehlen die Sonderfähigkeiten massiv momentan wolltest du grad ein wolltest du grad ein Torpedo auf mich abschießen glaub ich spinne ich weiß deswegen werden wir sie auch voll und ganz bekommen ähm rückzug allemann ich möchte eigentlich eher die noch vollends kaputt schießen aber ich glaube das wird nix werden ja da steht es da hinten Moralverlust Moralverlust weiß ich vom Gegner fliehen zwar von mir diese Orks diese kleinen Lündelchen noch einmal reparieren noch einmal was los schicken und hinterher immer schön hinterher fliegen ah wunderbar das heißt ja quasi wir könnten sagen hey ah licht aber auch ja das ist herrlich sowas ist herrlich sowas ist mehr als herrlich so noch einmal zack hier entlang lasst sie bluten dafür dass sie gedacht hätten sie könnten was gegen mich ausrichten wunderbar unperfekt wunderschön damit ist die Orkbedrohung in diesem Sektor vernichtet das war die Rache von meinen zwei Flotten das heißt es muss ich die gesamte Armada quasi die Hälfte meiner Flotte wieder aus dem Sektor rausbekommen aber auch muss der Sektor noch so riesig sein die Lungen erhalten schlachtpinne halten ein paar konnten noch abdampfen aber nicht viel zum Glück nicht viel keine werft und eine die Mondwelt sogar so viel zu dem Thema euch geht es gut ihr könnt euch um drei weiter bewegen das heißt direkt nach da oben hin sonst geht glaube ich nichts oder ich glaube mal nicht ich könnte auch sagen ihr geht auf Wachposten joa Sitz passt und hat Luft mehr können wir eh nicht machen ah eins können wir noch machen noch kurz gucken ob wir irgendwas upgraden können habe ich die Service grad ganz ganz stark das brauchen wir nicht viel machen nope das Geld können wir uns getrost sparen aber umso besser dann kann ich hier nicht mit einem kleinen Cut machen ich hoffe an der Stelle natürlich es hat euch viel Spaß gemacht und es würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein könntet machts gut und wie immer tschüss und wenn der Schwarm weg ist hier so in zwei Zügen können wir auch die restlichen Spezialmissungen machen bis zum nächsten Mal